Ganz ehrlich Leute, er hat so drauf. Dieser Junge hat so drauf. Du hast den Schweizer Käse da oben, Mann. Das machst du jetzt wieder richtig. Bau mal schöner, dein Schweizer... dein Schweizer Kä... Du hast den Fehler gemacht! Du hast den Fehler gemacht! Ich hab den Fehler gemacht! Du hast die Creeper da grad in die Luft gesprengt. Bo-bo-bo-boing! Kindes und herzlich willkommen zu End of Sky. Jetzt lass mich in Ordnung. Ich lass mich raus, ne? Zu End of Sky. Und jetzt bauen wir mal heute das Ding jetzt weiter. Und zwar die Monsterfalle. Genau. Und jetzt muss ich nur noch schnell auch... Theoretisch können wir es dann wirklich zweistöckig machen, ne? Wie zweistöckig. Nein, wir machen gar nichts zweistöckig. Alter! Aber dann gibt's nur Items! Es ist mir scheißegal! Weil die Sache ist die, wir spielen hier kein Vanilla Minecraft auf Boden. Wir spielen hier Vanilla Minecraft, wo wir keine Items haben. Leck mich! Ohne Witz! Leck mich hart am Sack! Am Arsch? Was? Ne. Lass mal lieber. So, bei mir leckt's nicht mehr Leute und ich weiß auch woran's liegt. Lag. Es liegt einfach daran, weil ich die Ränderdistanz hochgestellt habe. Lag! Ja, lag, genau. Vergangenheit. Du bist lag. Du bist lag. Oh, guck mal hier liegen laute Pfeile. Ah, wieso wohl? Vielleicht weil wieder Tag ist. Ach, Mann! Hast du jetzt die ganzen Steine mitgenommen? Nein! Ich hab sie in den Kisten liegen lassen und du siehst sie bloß nicht. Ja, genau. Natürlich hab ich sie mitgenommen. So. Hast du auch die Nähter... Ja, Nähtersteine hast du auch mitgenommen. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht! Ja, wo sind sie dann? Wahrscheinlich runtergefallen bei meinem letzten Tod. Ne, ich hab sie. Ja. Du Sack! Ja. Wir kommen. Wir sollten dann nur oben alles ausleuchten wegen den Monstern, die dann da drauf spawnen. Ja, oben. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Du hast jetzt umsonst eine Reihe gemacht. Ist doch egal. Mal. Pfff... Oh Pfeu! Ha! Kannst dann gleich das Kabelstorn wieder einsammeln, was unten ist. Bin der Pro, hä? Ja, du bist der oberste Pro, Mensch. Den Eimer wieder verloren. Ich hoffe, den hast du nicht wieder dabei. Also, die Steine sind weg. Jetzt haben wir eine Reihe. Ich wollte es eigentlich ein bisschen einheitlich haben, aber okay. Fuck off einheitlich. Wir wollen doch einfach nur den scheiß Endermann töten, Mann. Mehr wollen wir doch gar nicht töten. Meine ich ja. Mehr haben wir hier nicht vor. Wir müssen hier nicht schöner Leben nachspielen. Siehst du, Leute, er möchte einfach das Projekt ruckzuck beenden. Nein, wir wollen einfach nur nicht Zeit vergeuden. Ich will den Enderdrachen irgendwann auch mal killen. Ich hab den in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Ja, genau. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich hab ihn nur in YouTube-Videos gesehen. Und das will ich ja nicht. Hier, spring mal da rein. Wo rein? Da rein. Wo rein? Da rein. Da. Ja klar, lass mich die Eimer wegschmeißen. Nein, nicht die Knochen. Selbstschuld. Ja, also sterben tue ich nicht. Klar. Nein, ich bin im Wasser. Okay. Oh, fuck. Ach nee, doch nicht. Ich sterbe nicht. Mach da bitte nicht raus. Mach da nichts kaputt. Ich werde nicht sterben. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich... Zwischen Lava und Wasser schwimmst. Richtig. Deine Falle funktioniert so nicht. Du musst vielleicht den Lava-Kanal ein bisschen voller machen. Die Mops verrecken doch eh da drin. Also mir ist das gut. Ja, vielleicht solltest du trotzdem Lava-Kanal mal ein bisschen größer machen. Wie willst du ihn denn größer machen? Indem du ihn mit mehr Lava füllst. Die Blockade ist ja trotzdem da. Ich gucke gleich mal da hin. Und dann wollen wir mal gucken, wie es hier vorangeht. Ich sitze schon wieder so weit in der Ecke hier. Ich werde jetzt sterben. In drei, zwei, tot. Bist du da trunken oder was? Ja. Bin ich. Und wegen wem? Dem Globius. Dem Sack. Ja gut. Wollen wir dann Holz oben drauf packen? Weil das haben wir noch so auf der Schnelle. Nehme ich noch ein paar Fackeln mit. Die wir hier haben. Da nehmen wir noch was mit. Wieso haben wir keine Axt mehr? Wieso haben wir nie irgendwas? Ich habe doch eine Axt. Ach ja, stimmt. Weil Lobius immer auf die tolle Glorie als die Idee kommt, irgendwie alles schöner zu bauen. Und dadurch haben wir keine Materialien. Ja, wenn Wallis hier hinpuschen, dass sie sich auch schreiten. Ist so. Das interessiert doch keinen. Doch nicht. Wir sind doch hier nicht bei RTL. Ich möchte... RTL, Alter. Bei RTL sieht es eher so aus, wie du es hier machst. Nein, bei RTL gibt es schöner Wohnen. Er ist so. Und das sind wir hier nicht. Wir sind hier bei Sat. Bei KW Deutschland. Du bist in China und in Tibet, ja. Oh, ein bisschen Boll noch. Hast du noch ein bisschen... Alter! Bist du vollkommen behindert? Weißt du, wie viel Holz ich dabei habe? Wie viel denn? Drei Stacks? Gib mal was ab, Mann. Ja, gib mir mal ein bisschen was. Ja, komm erst mal hier hoch. Ich bin über dir. Du bist neben mir. Das war knapp. Weil ich hatte auch Holz dabei. Loi. Wieso sagst du mir das nicht? Vier Blöcke. Mach das jetzt so. Das war echt viel. Wenn du hier oben drin bist, mach das Wasser zu. Was? Nein. Dann ziehen wir es jetzt da drauf. Die Dingens. Wieso Wasser zu? Warte, wie hoch muss denn das sein? So hoch? Reicht schon, oder? Ja, so hoch. Du bleibst hier kurz drin und ich mach kurz da oben die Fackeln dann hin. Dann gib mir die Sticks, dann kann ich bauen. Äh, gib mir die Blöcke, dann kann ich bauen und du packst die Fackeln drauf. Warte, dann hier nimm das, das. Nimm gleich die Axt, damit du das abbauen kannst. Und dann gleich, wenn du fertig bist, drunter springen kannst. Das war da. Da war ja ein Loch im Boden. Mach bloß hin und wegen den Monstern. Ja, ich weiß schon. Scheiße. Bin schon wieder in Wasser eingeblieben. Ach ja, zwei Stacks werden nicht reichen. Nur so als Randinformation. Wie? Du hattest noch Holz dabei und ich hatte auch noch Holz dabei. Ich sagte vier Blöcke. Ach so. Hatte ich. Dann werden hier auch keine, warte, warte mal. Machen wir es jetzt anders. Zack, zack, zack. Bleib du hier so lange oben, ich hol ein bisschen Holz. Ja klar, damit ich sterbe oder was. Wieso? Ich habe Fackeln hingesetzt. Wie bin denn da? Wie bin denn da, Tresor? Richtig behindert. Das kluge ist jetzt, ich habe jetzt keine Axt. Ja, die habe ja wohl ich, ne? Echt jetzt? Ne. Ja, ja, die habe ich. Wie viele brauchst du? Weißt du es noch nicht, ich bemerke das. Planks. Werde ich dir gleich sagen, wenn ich gesehen habe, wie viel ich schon verbaut habe. Du hattest ja zwei Stacks dabei. Und ein bisschen mehr. Zwei Stacks nochmal, denke ich. Ja, also du kannst drei Stacks nochmal mitnehmen. So viel habe ich gar nicht. Uh, 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 ich bin so schnell wie ein Vulkan. Hoch. Und dann werde ich gleich am Ende da runter geschossen. Wenn ich da hochschwimmen möchte. Ach Quatsch, niemand weiß. Wer weiß. Hast du eigentlich schon am Start der Folge gesagt, dass die Leute mitmachen können? Bestimmt nicht, ne? Nö. Warte, bei wievielten Folgen sind wir jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Bei der... Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Dann sind es ja noch zwei Folgen, bis wir da mitmachen können. Beziehungsweise morgen ist dann die letzte und dann wird auch so los. Dann wird auch so los. Morgen schon die letzte, bist du da sicher? Ja. Ja, nicht, dass wir wieder scheiß erzählen, wie letztes Mal. Nö, 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 das sollte so stimmen. Wenn du das sagst. Ja, ich weiß. Samstag ziehen wir ja nicht mit, da ist es ja schon. Zack, zack. Also ich habe jetzt ein Stack. Ja gut, dann komm. Ich habe noch 44. Ich brauche auch was zu essen. Ich habe hier noch... Kollege. ...Karrettchen hier. Hinter dir. Kann er nicht. Ne mit. Da oben wird es so voll sein jetzt mit Monstern. Quatsch. Das Licht. Das Licht am Ende dazu ist. Lass die Fackeln liegen. So. Ich habe keine Blöcke mehr. Bau die Blöcke ab. Da schon. So, ich bin wieder leer. Fuck. Du hast auch keine mehr? Nope. Hm. Ach, crap. Ich bin ausgerechnet auf diesen scheiß Stein draufgefallen. Ist schon wieder ein Baum gewachsen? Ne, ne? Ähm, nö. Hä, was ist denn das? Wieso ist denn da oben noch Gras und Glöcke und so? Ist ja voll hoch. Hier ist wieder ein Baum. Haben wir die Knochen? Ja, ich hatte einen noch gefunden. Ist das nicht in der Essensgist irgendwie Knochenmehl? Nein. Was hat das mit Essen zu tun? Hätte ich auch rein können. Ach, Quatsch. So. Das sind nochmal zwei Setzlinge. Also, ich hätte jetzt wieder acht. Was? Holz. Das reicht. Acht Holzblöcke. Wieso? Nimm doch einfach die Holzblöcke. Das passt doch. Ja, reicht jetzt. Ich habe alles. Komm, wir gehen. Sonst nehmen wir Kaktus. Kaktus? Wollte ich schon immer mal machen. Ja, genau. Creeper! Runter, 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 Creeper! Ey, wenn du das jetzt kaputt sprengst, da oben, ne? Lass uns mal schnell hinlegen. Dann wird das ein Problem, weil du die fucking... Ja, da oben ist dunkel. Die werden dich verbrennen. Leg dich hin, damit ich sie demonstrieren kann, damit ich recht habe. Du hast keine Ahnung. Doch, ich habe recht. Ich habe Rechte zum Leben. So, wie kommen wir da jetzt am besten... Ja, genau. Der Creeper ist immer noch da. Ja, meinst du, der despaunt auch so schnell? Richtig, ich kenne, machst du was gleich kaputt. Jetzt schnell, versuch hochzukommen. Ja, genau. Ja, genau, nochmal, Basti. Alter. Ganz ehrlich, Leute. Er hat so drauf. Dieser Junge hat so drauf. Du hast den Schweizer Käse da oben, Mann. Das machst du mir jetzt wieder richtig. Du hast den Fehler gemacht. Du hast den Fehler gemacht. Ich habe den Fehler gemacht, weil du die Fackeln abgebaut hast. Du hast die Creeper da gerade in die Luft gesprengt. Und der hat die gespawnt, damit die es zum Sprengen bringen kann? Jetzt baut er auch noch die ganzen Fackeln ab. Ey, Leute. Ich brauche die da oben. Alter. Ich muss da oben aushalten, weil du, Hammel, es ja nicht geschafft hast, es auszuhalten. Stattdessen baust du die Fackeln ab, getrottet. Das ist doch jetzt eh alles kaputt. Jetzt kannst du es doch sein lassen. Jetzt bringt es eh nichts mehr. So. Ne. Damit dann wir hier nicht nochmal welche spawnen. Bock drauf. Bei dir ist es egal. Kannst ruhig spawnen. So. Wachse. 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 Da wächst du nicht. Hier wächst du. Wachse. Wachse. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Bäume. So. Dann moderieren wir ab. Kollege. Wieso? Weil die Folge vorbei ist. Und ich deine letzte Folge abmoduliert hab. Na warte noch kurz. Haben wir das wenigstens auch noch drin. Dann haben wir wenigstens was sinnvolles geschafft. Wie weit hast du das jetzt oben alles wieder zugebaut? So. Hier oben spawnt keiner mehr. Das Ding ist so ausgeleuchtet. Da kann nichts mehr wachsen. Also spawnen. Wie viel hast du da jetzt da oben? Was? Hab ich da oben? Äh. Wie du es ausgebaut hast. Ist jetzt alles wieder gut oder? Nö. Nicht alles wieder gut. Wie denn auch? Ich mach grad die Löcher zu. Aber es wird nicht raus. Ah. Jetzt hast du das Wasser zugemacht. Nein hab ich nicht. Ich wär fast runtergefallen, Mann. Du hast dir das Wasser zugemacht. Hab ich nicht? Ich hab doch gar kein Problem. Okay Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, ne. Er ist immer noch der klügste Boy. Ne. An der Stelle würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns morgen bei einer weiteren Folge End of Sky. Und... Oh. Tschüss. Tschau. Tschüss.